So, mal gucken, was ich jetzt anfangen habe. Ich bin sehr gespannt. So, bitte die Kuh. Die streichelt ja gleich voll. Irgendwie leckt ihn an sogar. Ihhh. Oh, das ist so. Also, er spielt immer krasser und kranker oder so. Kann das so sein? Jetzt leckt ihr Spielzeug auch noch an. Ihr Effekt ist toll. Ich muss die Kanne haben bei unserer Spielzeugung. Nicht bei ihrer alten Waguna. Marina. So, Bestaf oder die Übeltäter für Genügungspark. Weißt du was? Wir müssen safe wieder einen foltern. Safe. Wahrscheinlich stelle ich wieder irgendwie fünf schieben, dann auseinander schnibbeln, so wie am Anfang. Bei der ersten Mission weißt du noch? Piss dich. Hiki. Er wird nicht safe anfangen, wenn du vorbeiläuft. Wir sind steil. Schrägen Gift. Piss dich. Achtung, diese blauen Figuren, die du grad siehst, die machen Wärm, wenn du vorbeiläust. Was? Das sind komisch neue Dinger, die ich jetzt... Wförd dich. Wärm! Wärm. Sınıh. Schrägen Gift. Fertet sich! Ab! Du Ohre! Mein Gott! Du hast doch schon Psychose-Ellipten da dran Wie bitte? Machst du doch schon Psychose-Ellipten? Nein Was war das? Das war eine Kante hier auf dem Bogenkreis Because you need tickets to air Wo machen die Lärm? Waren doch kein Lärm Dann ist der wohl ausgeschaltet Es gibt welche, die machen jedes Mal anscheinend keine Mocke interessant Es gab vorher schon welche, die haben Lärm gemacht Da ist ein Pfeil, der zeigt nach da hinten Aber da hinten ist nichts Der guckt soo Ah hier Komm mit Atrom Da ist eine Verstattung Waren doch schon Die haben auch noch nicht Ach nein Ach nein Lass zwischenher rum? Kinder natürlich. Was ist denn jetzt los? Finde und schröddere die bösen Kinder. Also wir haben vier Bereiche. Rot, dünge, blau. Halt, dünge, blau. Oh, wir sind dran. Halt, dünge, blau. Was? 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 Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Oh nein. Oh nein. Machst du den mal ein, zwei. Hier ist anscheinend... Oh nein, er sieht mich, oder? Oh nein! Scheiße, ich bin durch die Glocken gegangen. Fuck. Ach, scheiße. Das gibt für jeden Bereich einen Gegner oder zwei. Verpiss dich. Helft mir mal bitte, bitte, bitte. Helft mir doch. Lenk ihn doch ab, wenn ich hier schon die Puppe für dich trage. Meine Güte. Ja, macht so toll. Ich weiß nicht, wie ich hier kann. Ich muss jetzt auch noch ... Ich muss jetzt auch noch nie gehen. Oh, ich weiß nicht. Oh, du bist eben. Oh, ich habe 2.11. Das ist ein 50er. Was ist das? 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 Also du musst jetzt das hier auf den Kabel achten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Da wollte ich gerade rein, du Arschloch. Hier vor der Tür steht, lasst mich rein! Sehen die einen eigentlich? Ja. Ja, wenn ich raus spiele, sehen die einen nicht. Tatsächlich. Echt nicht? Also er ist gerade direkt in mir vorbeigelaufen. Oder warte mal. Also er steht direkt vor mir. Brauchst du Heilung? Ja. 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 Oh. Hier, guck mal raus jetzt. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, doch. Die sehen einen doch. Oh, scheiße. Die sehen die einen. Oh, scheiße. Das hat sich im Glockenang. Was ist das? Was ist das? Ich habe das. Was ist das? Das hat sich gelesen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo bin ich? Das interessiert mich jetzt. Wenn ich jetzt in diesem Ding hau... Oh, scheiße. Okay, da kann einer ja tatsächlich rausziehen. Oh, hab ich abgesprochen! Au! Au! Du Huferson! Au! Weg! Na, jetzt hat er mich schon wiedergefunden! Au! Ja, was jetzt? Fick dich! Lille... Auaaa! Oh, scheiße. Hey, du! Oh! Hi! Oh, ja! Wajit in Mein T-Shirt! Puh! Puh-puh-puh! H'mon! Someone not here... Oh, weren't you so bad, it's my only wish! Er ist so, er ist so dumm, ich bin von seiner Nase eingegangen. Mann, bist du da? Er ist so dumm. Wetter wieder produktiv zu sein. Ardron hat gut gespielt. Warum bist du da? Bruder! Er hat Flasche auf dem Kopf. A3 genug gespielt, wir müssen mal was tun wieder. Lass mal so ein dummes Kind finden. Ne. Mehr, ne? Aber umso länger, umso mehr wir mit MPCs interagieren, umso besser ist unser Scaling dann. So, wo sind die denn eigentlich hier? Ich versteh's nicht. Du musst mal auf den Lappen in den Lappen gehen. Wir müssen in einen... Wir müssen in einen... Wir müssen in den Kabel von Ardron hören, können das sein? Ja, wenn da oben ein Kind ist, dann ja. Warte mal, ich hab doch... Also da oben wo du bist scheint ein Kind zu sein. Genau da müsste was sagen. Ist da was? Ne, das sind Glasscheiben. Fuck you. Ja, hier oben war ich schon. Ich hab mir die Kuh in den anguckt. Wie die leckelt, Alter. Ah, hier oben hab ich ein Kind schon genommen. Okay. Ach, der liegt. Oh! 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 Each other. Fake's da! Gibt doch! Ha! Der zu blöd war, mich zu treffen. Also ein Kind ist hier, hier ist die Scheune, hier ist der Schredder, da geht's... Das heißt die nächste muss eigentlich da sein, bei der Tür. naja wir müssen dass wir sind jetzt gerade in der scheune hast du müssen eigentlich von je nach rechts wir müssen hier zum fan fair ich gehe mal dahin der gedumme wollen das nicht immer hier lang so hier ist fan fair, na hier ist fan fair oh nöööee die GIFschuh bis da Oh nein, oh nein! Wir müssen zwei Gegner. Ja, ich seh es, ich steh, ich hocke im Schrank. Oh, du Penner! Nein, haben sie gefunden! Hilfe! Warte, dass du es nicht sehr produktiv hast, du machst. Ja, was soll ich machen, wenn du mich fühlst, Junge? Oh Gott, Hilfe! Ich glaube, ich weiß, wo ein Kind ist, Autoram. Aber es ist ein Labyrinth, ich weiß nicht. Und hier ist da ein Labyrinth? Komm mal zu mir. Ich bin doch hier. Ich glaube, hier. Oh, ich werde wieder so rumgestöhnen, wie so'n... Nee, von hier sind wir hergekommen. Ohhhh... Oh Gott. Oh Gott. Why are you running? Nein, nein, nein! Ohhhh... 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 Why are you gay? Hey- dengan... Ohhhh, der ist ein Labyrinth. Ohhhh... Ich schaue das mal ohne Nachtsicht, Bruder, oder? Herzlichen Glückwunsch, sie ist zu gar nix. Du, Penner! Du, Penner! Du, Penner! Guess, Baby, you get me so... So, so... Dich, heilig, du Arschloch! Fick dich! Äh, was? Wieso das denn? Machst du mal ne Schnauze in die Tür zu wie kleiner roten Kobold! Hahahaha! Du Wurzorn! Äh, jetzt brauche ich auch noch Batterie wieder... Arter, ich bin am Aufnehmen! Konzentrier dich! Ja, weiß ich! Das war doch keine Absicht! Also, ohne Witz, ich hab kein Flavor noch was haben sollen! Du Schweinepriester! K-M-Sein! J-M-Sein! splitter! Du, Penner! Ich stimmt nicht aus wie ein... Schlimm in die Toilette nur ein Eimer! Ähh... P-Guppu! Die eine Horstribili-Dop! P-Gupp, yes, yes! Wie, die Dobby wüüüüüüüüüüüüü... So, mach mal ausgucken, mach mal ausgucken. Hey, hoi, Riedewon, hallo! Ja, bitte? Komm mal raus, hier aus dem Lachs, du musst das machen. Wieso ist er 24 Minuten nach Scheiß? Ich hab ein Kind gefunden. Guck dir jetzt doch mal die Karte an, ne? Ich glaub, am Eingang, wo sie herkommen, können auch sie hier sein. Ja, da ist noch eins, siehst du doch. Ja. Du fragst du, wo? Wo soll er denn verkehnt? Keine Ahnung. Vielleicht in der Karusse? Schauen wir mal. Komm, 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 komm. Ich bin hier alleine, komm doch schon. Fall zu schwer, dann sind die hier irgendwie heilen. Wobei, hier müsste doch auch irgendwann, weil ich... Doch, beim Brunnen auch irgendwo eins war doch da oder nicht. Ja. Hier ist ein Karussell. Hier ist ein Karussell. Beim Brunnen aber auch. Ganz schwierig, vielleicht bald eine Psychose, aber... So nicht hier. Hier ist ein Gegenmittel. Hier ist ein Gegenmittel. Oh Gott. Ich wusste es. Hier ist eins. Ich wusste es. Ja, ich wusste auch. Grüß dich. Schöne... Och, wer hat die scheiße Tür zugemacht, fick dich. Ach du Hurensohn, du dreckiger. Ich bin in der Psychose verreckt. Ich hab doch gesagt, ich darf ein Mann an den Du so. Nö. Nö, geh wir mal da in die Ecke. adrian ich hab das hätten sie noch keine einzige spritze gefunden doch in dem schröderraum ist eine ja auch eine dann zehnmal stürmst dann nicht immer weg aufpassen 3 gegner auch steckt auch die kugel macht man einfach mit mir schnell die tür auf ja ich bin auch da Ja! Brautlos! Da ist sogar noch ein Kind! Da ist ein Kind! Da rein! Hast du ne Batterie für mich vielleicht? Ich hab selber fahren Oh, du schönes Kind! Papi, ich hab Glück gehabt! Ich hab mein Baby... Ich hab mein Dreckskind wegen dir verloren, Adoram! In mir? Ja, weil ich dich retten musste! Muss ich wieder suchen, wo es eine Knacken Dreckskind ist! Oh, f*** dich doch! Kevin! Ich hab's nicht mehr, weil ich hab's nicht losgedeckt! Kevin! Ja, selbst schuld, wenn du nicht aufpassen kannst, Mann! Ohne Witz! Wie komm ich denn hier raus? Hier! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Was soll ich denn jetzt hier? Ah! Oh, scheiße! Was soll ich denn jetzt hier? Ah! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Ah, cooff! Ah μια aufs flog! Ah! C Vladine! five ложlit customers! Ah! Ah! Eine große Durban, die eine Flieger gegangen, oh! lüsterlich eigentlich müssen mal bis jetzt haben wir nicht gewünscht die Stilie herauskommt die Stilzbäude ohne Witz auf der Kälte ich hatte ganz wenig Leben ja ich kann die Anleitung haben mehr heilfähige Rede mit mir ja dann heile uns doch mal hier meine Hülle also ist mein Kicken Klaus so blöder Kinderdieb wo ist 1 das ist auch ein paar Wagen so hat er gerade in der Hand gehabt ja ich hatte abgelegt weil die hätten musste so alles ist doch hier hat es nur ich weiß nicht allein kommt so viel wie kann sie denn mein Kind haben wenn ich meinte in der Hand hat es zu dem Zeitpunkt auch mehr ich komme jetzt nicht mehr weg oder was ich habe den gefunden glaube ich ich habe vergessen wo ich meins hier gelegt habe Deins liegt da hinten da hinten Hose ähm die Frage ist jetzt nur wie komme ich jetzt zu dem anderen Platz wieder ich sehe nicht mehr wo ich hin muss was ist es dass du dich verpissst du uber das schreit auch dieses Arschloch von Kind ey oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott dann kann man nochmal zu dem Ding zurück Hilfe Scheiße ich finde es ich finde es zu scheinen ich finde es nicht mehr ich finde es nicht mehr jetzt habe ich es gefunden packier mal ministri verstecken da irgendwo hier Du hast auch noch ein Kind, ne? Ja. Aber ich find's nicht mehr zurück, weil überall wo ich hingehen, so ist es in geschlossenen Türen. Ich hab markiert. Ja, überall wo ich hinlaufe, so ist es in geschlossenen Türen. Ich find's nicht. Wieder eine geschlossene verregelte Tür. Ich komm nicht weiter, Adrian. Es sind alle Türen verregelt. Ich kann nicht aus dem Spreng raus. Ich stehe auch nix mehr. Oh, f*** dich doch. Ah, durchbruch ich. Ich bin gar von Dalot im Singlet. Was soll ich jetzt da machen? Weil ich seh ja nicht mal deinen Namen, ich weiß nicht mal wo du bist. Ich seh deinen Namen. Ich seh deinen Namen nicht. Ich stand. Ja, ich bin super. Da bist du! Ich seh' deinen Namen. Du bist ja ganz falsch. Alle Türen sind verwickelt, Adrian. Ich kann nichts machen. Ich seh' auch nichts. Fangen wir jetzt einfach mal den Weg. Hier, Kevin, hier, warte mal, hier. Ich weiß schon, wo. Ja, komm doch! Wenn er jetzt den Türen verriegelt... Ja, Dankeschön, dass du mich jetzt dagegen zu mir lockst. Dankeschön, Adrian. Ja, ich seh' doch deinen Namen nicht mal! Ach, da bist du. Ja, ne? Hier, andersrum, andersrum! Die Tür ist verriegelt nicht mehr. Ich bin fast tot. Wo bist du? Hier, wo gehst du hin? Ich bin doch schon fast da. Ich seh' doch das Kreuz. Nicht her. Ich hab' ihn abgelenkt. Nimm die Puppe! Oh! Nimm die Puppe! Oh, fuck. Das ist der andere Kind, okay. So, wir machen in der nächsten Folge weiter. Das nächste Mal dran, Leute! Ja, was? Nimm das nächste Kind! Ich weiß mehr, wo's ist. Er verfolgt mich, hol ihn. Ich werd verfolgt. Ja, er verfolgt mich auch! Ich weiß, wo sie ist, warte mal. Ich hab' nicht mal... Ich wollte mal Taschen, ich wollte mal Batterien wieder nutzen, wird eh nix. Ich hab' auch kein Licht. Ah, ein Taker von ist auch noch da, wir schwimmen, ist doch dann. Junge, lauft doch nicht so langsam so schwer, kann diese Scheiß-Puppe noch gar nicht sein. Ist hier zu schwer? Oh, fuck. Jetzt kommt die Fotze. Ey, komm! Fuck! Ich seh' nicht, hinter mir läuft die fette Fotze mit der Hänge-Tippen vor mir laufen, der andere Typ! Oh Gott! Du wirst mich jetzt hier aber nicht zurücklassen, oder? Alter, nein! Wie kennst du das? Junge, ich hab' keine Batterien, vor mir war die dreckige Fotze mit den Hänge-Tippen hinter mir war ein anderer Typ, was hätte ich machen sollen? Was soll ich machen? Na, ich wusste nicht, wo ich hin habe, weil ich keine Batterien habe. Ich hoffe, die fände ich mich nicht. Ich finde, ich bin nicht, die finde ich wichtig, aber du musst mich holen. Weil ich bin gleich tot, weil ich verblühte. Ich hab' einen Scheiß-Schrank, Mann! Du musst dich beeilen? Ja... Der stirbt nicht mehr. Nein, der finde ich mich egal. Ja, es ist auch an der Fall, ich gehe wieder schaden. Dankeschön! Du Hurensohn, du dreckiger! und gibt nur eine spritz und dies genau da wo allen sind leider zum klar leider kann man die fähigkeit halten nicht ja hier haben sie kommen aller fahrer nicht mit dem arsch Hier Hier So 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 gekommen 10 Minus ich hab die Kloster richtig im Klubin Plus die ganze Gruppe wird fast chaotisch wir haben die Tickets am Ehr das ist doch nicht nicht wenn du wasse wenn du mich nicht die ganze Zeit sterben lasst würdest würde ich auch mehr Geld kassieren weißt du was wie wärs wenn man ein bisschen besser aufpasslos und einfach oh mein Gott wie soll ich besser aufpassen wenn vor mir also ich bin gelaufen ja hinter mir ne hinter mir war dieser komische Typ mit der Machete und dann vor mir genau vor mir steigt die einfach aus dem scheiß Auszug aus und ich wusste nicht wo ich hinrennen soll dann bin ich in die Sackgasse gerannt weil ich nichts gesehen hab weil ich keine Batterien hatte so ich hole mir jetzt ein Upgrade dass ich nicht mehr an Glasscheiben gehölt werden kann natürlich läuft es kostet mich jetzt an wo ist die Ruhe du gehst offline ich habe gar nichts bekommen ich habe vier Kinder da reingeschmissen hab gar gar nichts gekriegt kein einziges scheiß kein einziges drecksverfickten wix punkt Junge warum weil Kevin mich umgebracht hat ey hab dich der Hurensohn du dreckiger du blöder pimmel nigger du Arschloch so jetzt fick ich dich jetzt hab ich ne fick dich das verletzt meine Gefühle fick dich du dreckiger du dreckiger Sohn einer Hure so ich habe jetzt 10.000 angespart oh schön für dich na gut dann bis zum nächsten Mal Angela mit einer kurzen Folge von nach nach Express surf